Hallo zusammen zu folgendem Brain Teaser. Was ist die Lösung dieser Aufgabe? A, B, C oder D? Klicke kurz auf Pause, bearbeite die Aufgabe, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht dein Abo da zu lassen und jetzt gibt es die Auflösung. Zuerst ein Tipp, wir brauchen ein anderes Zahlensystem. Wenn ihr es nochmal alleine probieren wollt, klick kurz auf Pause, jetzt gibt es die Lösung. Wir brauchen das Hexadezimalsystem. Das besteht aus den Ziffern 0 bis 9 und den Buchstaben A bis F. Das geht wie folgt. Die letzte Ziffer hat immer den Wert 1, die vorletzte hat den Wert 16, die drittletzte den Wert 256 und immer so weiter. Jetzt haben wir ja die Buchstaben A, C und D, C. A, C im Hexadezimalsystem. Dazu schaue ich mir C an, das hat den Wert 10, 11, 12. Das kommt in die letzte Spalte. Und A hat den Wert 10, das kommt in die vorletzte Spalte. Bei Dezim, Hexadezimalsystem, C hat wieder den Wert 12, kommt in die letzte Spalte. E hat den Wert 10, 11, 12, 13, kommt in die vorletzte Spalte. Diese Zahl bedeutet also 10 mal 16 und 12 mal die 1, macht insgesamt 172. Diese Zahl bedeutet 13 mal die 16 und 12 mal die 1, macht insgesamt 220. Jetzt steht ja dort A, C, D, C. Dieser Strich bedeutet ein Bruchstrich. Das heißt, wir haben 172, 220. Diesen Bruch kann ich kürzen mit der 4 und damit erhalte ich 43,55. Der richtige Antwort, Antwort C. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es lösen konntet. An dieser Stelle möchte ich mich noch recht herzlich bei all meinen aktuellen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.